Erich Sport Zerwischt ihr mich beim Nutella futtern? Macht man natürlich nicht das Messer ablecken, natürlich nicht So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gusua Sie wird wieder megamäßig rocken und ich bin immer noch so durcheinander wie gestern Weil es ja heute ist Ich habe ja gerade jetzt die andere Aufnahme wieder gemacht Genau Die Frage kam noch Oder nee, man sieht das Genau, ich hatte dann noch einen Kommentar Man sieht, dass du vorproduzierst Ja, ich produziere vor Das stimmt, darum daraus Mach ich auch absolut gar kein Geheimnis, weil es einfach wirklich bei mir gar nicht anders geht Wie gesagt, alle Die mich wirklich schon eine ganze Zeit lang kennen Wissen es auch ganz genau Also sprich, ich bin wirklich meistens montags und meistens donnerstags eben in Hamburg Da kann ich halt die Videos produzieren Und Den Rest der Zeit bin ich halt eben nicht in Hamburg Und mache dann eben auch keine Videos Weil ich, wie gesagt, da eben mit meiner Familie zu tun haben möchte Und deswegen ist das ganz klar Hier noch schön Das Zeug gezogen Einwandfrei Geiles Ding Eine komplette Nullnummer, würde ich sagen Na, ein Goldstück fehlt Bam, Junge, Alter Was hast du da falsch gemacht, ey? Nee, einwandfrei, super cool Knapp 600k Das kann man noch als 600k durchgehen lassen Läuft bei dir Ich bin so dumm Hab aus Versehen eine Lücke gelassen Ja, kenn ich Kenn ich Lücke lassen ist nicht schön Und man, wie gesagt Die Sache ist die Man merkt es am Anfang gar nicht Und Das ist irgendwie Der fünfte oder sechste Angriff Also die Verteidigung, die man macht Und auf einmal kommt dann einer Oh, äh, ja Da hab ich ja Was verpeilt Das kennt jeder Aber Ja, okay Ja, da hat er jetzt sogar noch Glück gehabt Dass er ein Heal bei hatte Weil nämlich ansonsten Wären deine Flächenschadensachen Ganz gut gewesen Also das wäre jetzt nicht das Problem gewesen Also von daher War das schon ganz gut aufgestellt Dass du Eben noch richtig Fläche geben konntest Ganz klar Aber da war natürlich schon ein Gold weg Ja, schön schade Ich meine 200k Gold Na, nicht lustig So, jetzt haben wir hier noch Irgendwelche Clan Aktivität Ja, gar nicht 1,25 Millionen Alter, wie bitte Ich meine mega Loot Und Krass einfach Also irgendwie Draußen What the fuck, alter Was macht er Ja, okay Also ich würde echt sagen Der hatte keinen Bock mehr, oder Ich gucke gerade mal echt Ob der irgendwas noch am Bauen ist Nicht, dass der Am Ende wirklich einfach Gar nicht mal inaktiv war Aber der ist auf Weil die Sache ist So lange kann er noch nicht inaktiv sein Weil er halt Die Lager selber noch nicht komplett leer sind Klar, X-Bogen waren nicht gefüllt Aber das hat nichts zu sagen Also das dauert nicht so lange Bis die leer sind Na, geht die Glück gehabt, dass die noch down gegangen ist Und ja, okay Der Heal war dann umsonst Ja, okay Du hast noch einen King Der macht auf jeden Fall Das komplette LX Und das DLX Ja, alles cool Alles cool Das Ding ist ein Sack und Tüten Und hier das bisschen Fläche Schadet dem King nicht Aber der Boogie-Turm Ja, aber das passt Einmal, ist ja Ja, geil Sehr geil Das ist cool, dass du den Sack zugemacht hast Das ist sehr cool Gefällt mir ein bisschen Aha Ziemlich geil Ziemlich geil Und dann eben noch wirklich 2K Dunkles Ziemlich nett Ja Ähm Lukas Aber richtig Das Ganz ehrlich Bei der Sache Bei der Sache Kann ich Timo vollstens verstehen Der war einfach wirklich mega geil Und ich hab ihn ja jetzt auch erst gesehen Hat Timo Also wirklich Wenn sie mega geil sind Wie gesagt Deswegen auch nochmal an alle anderen Wenn es Nicht so Ganz krass Kranke Sachen sind Lasst es Braucht er nicht Posten Dann haben wir Wie gesagt Alle mehr davon Wenn man sagt Gut, okay, komm Hier so ein Über eine Mille-Rate Den wollen wir sehen Nein Neh, ihr guckt euch den Magiatom an Was ist denn das? Selbst da Bei der Base Kann man selbst Mit einem 1er King Schon richtig was reißen Weil die Def Weil die Def halt eben Wirklich relativ Low ist Guck mal Das ist Rathaus 7 Und Der hätte schon So viel machen können So viel Hier hat er Ein Magiatom auf 2 Naja, schönes Ding Die Luftabwehr auf 1 Naja Dann kriegt man halt mal Eine Tasche, wa So ist das Leben War das der jetzt? Anders gucken wir nochmal kurz rein Jo, sieht wohl so aus, Junge Und dann hätte ich noch was anderes für euch Eine ziemlich coole Nummer Und ich glaube nämlich Ich beziehe euch damit ein Und zwar in die Umgestaltung meines Zimmers Also, ja Ja, meines Zimmers halt Weil ich bin mit der Aufteilung momentan nicht so zufrieden Ich glaube, ich werde dann nochmal einen Grundriss davon posten oder sowas Und dann Dürft ihr euch mal ganz krass damit beschäftigen Und sagen, naja Unter Berücksichtigung der Wetter- bzw. Lichtverhältnisse Macht ihr den Kopf? Ja, genau Und zwar Unter Berücksichtigung halt der Lichtverhältnisse Die ich ja wirklich halbwegs einhalten muss Wie man am besten alles so stellen könnte Weil mir das jetzt ein bisschen beengt hier ist alles Yeah Da kommen die Luftbomben Aber dazu später mehr Das ist dann wieder Wenn man Wenn man ja wirklich komplett mal Ja, zwölf Stunden lang Video machen kann Dann Kann man darüber nochmal ein bisschen mehr fachsimpeln Ja, Glück gehabt Richtig Glück gehabt Dass das mit den Luckys hier noch so geklappt hat Dass die außerhalb der Range waren Ansonsten wäre das nämlich noch Äh, hätten die noch alt ausgesehen Weil das sind nur Zweier-Luckys Da geht nicht so viel Und jetzt haben die das echt noch komplett gesplasht Hier Ihr seht es selber Totaler Scheiß Also vom Gegner Von Mohamed Ist einfach dumm Also, naja Nee, dumm Dumm hört sich so sehr abwertend an So möchte ich es auch nicht sagen Ist nicht unbedingt clever So Weil wären die Kleinen Moment Wären die halt in dem Bereich gewesen Wo die anderen Gebäude Sie halt eben noch Deffen hätten können Hätten die Luckys zum Beispiel Mit den Dingern zu tun gehabt Bing, 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 bing Und man hätte Die Nicht zu 100% platt gemacht So, fertig, aus Hier sehen wir Hier sehen wir eine typische Sache Was heißt typisch? Aber guck mal Lager leer Klar, es ist alles in den Minen und Sammlern Und jetzt seht ihr den krassen Unterschied Und jetzt braucht mir hier keiner erzählen Ja, naja Ich möchte ja nicht meine Minen und Sammler Maxen Da seht ihr den Unterschied Den ganz krassen Unterschied Zwischen Naja Ich hab so ein bisschen mal angefangen Eventuell meine Sammler zu machen Und Oh ja Gold wollte ich aber Tada Tada Katsching, katsching Nur mal so nebenbei Also Da kommt schon einiges bei rum Und mit dem Mit der letzten Genau Jetzt kommt mir immer mehr so in die In den Kopf rein Mit diesem Video Gemma enttarnt Ganz ehrlich Glaubt ihr wirklich Klar Logisch Es ist einiges Durch den Bonus und sowas Das ist vollkommen richtig Wenn man jetzt hier wirklich Im Champion Bereich ist oder sowas Kommt eine Menge Bonus zusammen Wissen wir alle Aber ganz ehrlich Ihr wisst auch alle selber Das natürlich auch für die Truppen dann Meistens Also nicht für die Die mit Bartschein greifen Klar Aber ansonsten eben auch Relativ viel drauf geht Und Ganz ehrlich Ich glaub's Ganz ehrlich Ihr könnt da sagen was ihr möchtet Ich glaub's nicht Dass der wie gesagt Wenn der irgendwie 800 Millionen Am Start hat Dass der nicht gejammt hat Ganz ehrlich Glaub ich nicht Dann kam mir die Aussage Von wegen Äh ja Zwölfer Goldmin Ja seit wann haben wir nie Zwölfer Goldmin Hm Also von daher Das ist für mich einfach Alles keine Option Ich sag Der hat einiges gejammt Und ich werd mich dafür auch nicht Weil ja einer schrieb hier Entschuldigung Das war garantiert nicht so gemeint So von wegen Äh jetzt entschuldige dich mal Aber Würde ich auch nicht machen Weil ich gehe davon nicht ab Es ist meine persönliche Meinung Ich sag der hat gejammt Bis der Arsch platzt Jetzt will ich wieder Angreifen oder was Oh nein Aber gar nicht so verkehrt Komm Hier Da haben wir einen Sammler Der Da ist eine Goldmine Da ist eine Nein du komm Da ist eine Goldmine Das ist doch alles nice Na die brauchen wir eigentlich gar nicht Weil die ist relativ low Dann lieber hier die hier Die ist schon relativ hoch Die müsste 9 gewesen sein Und da kann man natürlich dann ordentlich was ziehen Ansonsten Ja in die Lager brauche ich gar nicht rein Das ist vollkommen in Ordnung Das ist doch vollkommen ein guter Run gewesen Ja läuft Einwandfrei So Mit dem Forum geht es immer besser Meiner Meinung nach YouTube-Connection.forumprofi.de Ich weiß nicht warum die das mit der Kosten Mit dieser kostenlosen Domain Halt mit dieser Domainänderung Dass dieses forumprofi.de Nicht mehr da ist Dass die das noch nicht auf der Reihe gekriegt haben Finde ich ein bisschen arm Aber gut ist nun mal nicht anders Aber das läuft ganz gut Wie gesagt Jetzt hatte ich eben auch von jemandem die Frage gekriegt Ja kannst du mich mal in einem Video erwähnen Nein dafür ist dieses YouTube-Forum da Also YouTube-Connection.forumprofi.de Da könnt ihr euch gegenseitig halt Pushen Und wenn ihr sagt Oh ich habe noch keinen der mit mir eine Folge aufnimmt Kein Thema Dann schreibt ihr das da rein Ich wollte ihn gerade angreifen Ich wollte gerade drücken Oh cool meine Truppen sitzen Und dafür ist dieses Forum halt da Dass ihr sagen könnt Hier zack 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 Und dann hatte der Marsch Hatte Noch einen Tipp gegeben Von wegen Ja nicht jedem auch Seine Skype-ID zu geben Weil man da eben wirklich relativ viel rausbekommt Wie gesagt Bei mir wäre es schon alleine Dass es eben halt Ja Nicht gewünscht ist von mir Dass mich jeder anruft Klar Und dass ich auch nicht von jedem Anfragen bekomme Ganz klare Sache Aber Ja Auch eben halt aus sicherheitstechnischen Gründen Ganz klar Und da kann man sich halt eben super gut helfen Und das finde ich einfach cool Da kann man schön schreiben Wie gesagt Da bin ich auch nicht so krass aktiv drin Klar Aber Extra für den Guzuan Wollen wir mal sehen Hier Ja Okay Okay Gucken wir mal Aber vom Loot her Nicht 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 Super wenig Ganz klar Aber Das war noch so ein 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 guter Rate Fertig Also ein guter Rate Ja Aber trotzdem natürlich War Zeigewürdig Sagen wir es mal so So Bissell was von beidem Na da gucken wir mal Was der Königstiger hier raushaut Nein Das reicht uns leider nicht Das war wirklich nur ein bisschen Und das bisschen wollen wir dann Nicht sehen Für den Guzuan Fredi Haut einen raus Auch zu wenig Wie gesagt Wenn ihr Wenn ihr so einen Angriff habt Und eventuell mit komischen Truppen angegriffen habt Dann schreibt das bitte rein Dann werden die natürlich trotzdem angeschaut Hier eine relativ tricky Geschichte Muss ich sagen Weil halt wirklich angegriffen werden muss Und wirklich Ja in dem Fall Wirklich Vier Punkte In der Base Wirklich Gekillt werden müssen Und zwar halt alle Elexier Lager Ist eine tricky Nummer Besonders mit den Truppen Ich meine du hast Acht Riesen Aber du hast Ein King Level 22 Und der wird dir hier den Arsch retten Würde ich sagen Weil ohne den Nur mit deinen In Anführungsstrichen Einfachen Truppen Wäre es glaube ich Ein bisschen schwierig gewesen Zack Jetzt geraged So Erstes Lager platt Und jetzt ist aber auch schon der King down Aber er hat natürlich ein bisschen was gemacht So ist es nicht Wir haben hier gleich freie Bahn Aber natürlich auch Magieratum daneben Könnte gefährlich werden Ja Seht ihr Kobolde weg Jetzt klar Magieratum geht down Logisch Jetzt ist nur noch Fläche da Und die Riesen Die sagen sich Ja komm Aber Das war das was ich dachte Das Genau Das war das was ich dachte Weil Es ist ja nicht so Dass ich es nicht gesagt hätte Vier Punkte Du sitzt da Du hast vier Punkte Die du einfach In der Base killen musst Da musst du dann wirklich sagen Gut okay Komm Dann die komplette Base gekillt Mit Ich sag jetzt mal zum Beispiel Mit Loons einmal platt gemacht Aber man kann natürlich nicht sagen Ach ja gut Okay Da könnte ich jetzt Loons nehmen Nee Geht natürlich nicht Aber Das sah mir schon schwierig aus Echt Den hätte ich auch nicht angegriffen In Also mit der Truppenkombi Das ist auch ganz nett Aber guckt mal Siebener Rathaus Und Magieratum 1 Alter Krieg Augenkrebs Ich meine Wie gesagt Ich darf mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen Aber mittlerweile ja doch Also ich glaube Ich bin ja wirklich Ich habe ja Besserungen gezeigt Und ihr seht es ja auch Wenn ich nochmal auf meinen zweiten Eventuell nochmal wechseln würde Sieht es ja längst auch nicht mehr so aus Also wie gesagt Das habe ich ja auch begriffen Dass man nicht zu schnell hoch rushen sollte Und das ist auch definitiv der Fall Also wenn man das macht Dann hat man einfach keinen Spaß dran Fragezeichen Ausrufezeichen Nein Einfach nur Nein So Und das war es dann auch echt War gut Da hat wohl das R gefehlt Aber das ist vollkommen in Ordnung Auch Nee Das reicht uns nicht Wie gesagt Es ist halt schade Wenn durch so ein Raid Sage ich jetzt mal Der Kein Raid war Dann wirklich so ein Epic Ding wegfliegt Das wäre schade Echt Hier seht ihr auch wie ein Unterschied Hier seht ihr den Unterschied Hier Level 11 Level 10 Level 10 ist Randvoll Also so gut wie randvoll Level 11 noch lange nicht Die haben noch viel mehr im Petto Aber Braucht euch ja nicht erzählen Ihr seid ja alle Prost Spannend Wie er reingeht Ja klar Du musst dann einer Seite rein Und dann An einer Stelle rein So Und dann Weiter Rocken 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 Aber warum den Rage Hier Das ist die Frage Den Rage Hättest du woanders Setzen dürfen Aber gut Ungefilmt Genau Das ist aber jetzt Nicht mehr Ungefilmt Mittlerweile Ist es ja Gefilmt worden Aufgenommen Wurden Vom Gusor Inaktiv Inaktiv Ich gucke mir das immer so gerne an Wenn die Wenn die wirklich Inaktiv sind Du würdest hier schon Aufs Maul bekommen Wegen dem X-Bow Logischerweise Kannst du schön weg Snacken Hier oben Hier oben Hier oben Hier oben genauso Hier oben Hier oben Ich gucke mir das immer so gerne an was zu sagen hat mit Bogis halt, jetzt sind die Kobis drin da ist es jetzt vorbei, da ist klar da gehen die ganzen Lager down, das geht so schnell mit den 5er Kobis ich wäre echt mal gespannt was die im nächsten bringen im nächsten Level, aber gut, wie gesagt dafür jetzt Rathaus 10 zu machen ist für mich nicht relevant perfekt nice super, das soll es gewesen sein, wie gesagt nicht traurig sein wenn ich jetzt die nächsten Tage gerade nichts raushaue, kann natürlich wiederum sein dass ich was raushaue, weil ich es dann zeitlich doch geschafft habe aber wie gesagt, könnte sein, dass es nichts wird, ich wünsche euch was, reingehauen tschau tschau gut gut